Wenn für einen Aktienmarkt das Sentiment extrem schlecht ist, dann ist es im Nachhinein oft eine gute Kaufgelegenheit gewesen und an den meisten Börsen haben wir das zwar im Moment gerade nicht, da ist die Stimmung relativ neutral, aber es gibt einen großen Aktienmarkt, wo das Sentiment inzwischen wirklich am Boden liegt und darum wird dieser Aktienmarkt jetzt auch immer interessanter. An der Börse ist es nicht immer einfach, das haben Sie wahrscheinlich auch schon gemerkt und ein zusätzliches Problem noch obendrauf, das ist dann aber immer noch das Thema Börse und YouTube. Wenn hier einer Finanzvideos macht, dann will er natürlich, dass sich viele dieses Video auch anschauen und darum macht man ganz gern Themen, wo man schon weiß, das finden die Zuschauer sowieso schon gut. Und sie finden es dann auch gut und sie loben einen dann und sie schreiben drunter, ja die Thematik, die haben sie aber sehr gut erkannt oder sowas. Das Problem ist aber, dass die anderen Marktteilnehmer diese Thematik vielleicht auch schon sehr gut erkannt haben, möglicherweise schon lange und dass es vielleicht schon ein alter Hut ist und alles auch schon eingepreist. Und wenn man dann aber auf der anderen Seite ein unpopuläres Finanzthema macht, dann interessiert das erstens keinen erstmal schon und die, die es dann doch sehen, die schreiben dann drunter vielleicht, Naja, sie wissen aber schon, wie problematisch das alles da gerade ist, was sie sagen. Und dadurch bauen sich die YouTuber und ihre Zuschauer so eine Art unheilige Allianz auf und schaukeln sich da dann gegenseitig ins Verderben. Es wird mich nicht wundern, wenn die Anleger, die sich hauptsächlich auf YouTube informieren, wenn die an der Börse deutlich schlechter abschneiden würden als alle anderen. Und darum machen Sie auf gar keinen Fall den Fehler, dass Sie hier permanent Videos schauen, solche Videos oder dass Sie am Ende solche Finanzkanäle auch noch abonnieren. Auch wenn der YouTuber Sie ständig daran erinnert und Sie ständig auch regelrecht anfleht und sagt, abonnieren Sie doch meinen Kanal, unterstützen Sie mich, es kostet Sie doch nichts und für mich ist es so eine große Hilfe. Tun Sie es nicht, es ist Ihr Verderben. Zum Abo für meinen Kanal geht es übrigens hier unten. Einfach auf die Glocke drücken, Sie werden es nicht bereuen. Tja, das ist das Sentiment und seine Tücken. Ein großes Thema an den Börsen und das Problem damit haben ja nicht nur die Privatanleger, sondern auch die Profis. Die schaffen es ja meistens auch nicht, dass sie den Markt schlagen. Und einmal im Monat, da gibt es immer ein Highlight, zumindest für mich ist es immer ein Highlight. Die Umfrage der Bank of America unter den Großanlegern. 258 Institutionelle, die zusammen 680 Milliarden Dollar verwalten. Ich finde das immer spannend, wenn man sieht, wie ticken die gerade und von was sind die gerade überzeugt. Und die September-Umfrage, die war eben auch wieder spannend. Das erste ist, die Institutionellen, die waren wieder optimistischer. Die Grafik hier zeigt, wie hoch waren die Anleger in Aktien gewichtet seit 2001. Dunkelblau die Kleinanleger, hellblau die Großanleger. Letztes Jahr ist es plötzlich auseinander gegangen. Die schlauen Kleinanleger, die sind mehr oder weniger in Aktien geblieben. Und die Großanleger sind damals rausgegangen. Und die rennen jetzt aber dem Markt wieder hinterher. Die bauen jetzt weiter Positionen auf. Und für mich ist das auch ein wichtiger Grund dafür, dass der US-Markt dieses Jahr doch so überraschend stark war. Dann, sie haben umgeschichtet und dabei, das sieht man ganz oben, haben sie vor allem bei US-Aktien Starkpositionen aufgebaut. Und sie haben aus den Aktien, aus den Emerging Markets Starkpositionen abgebaut. Dazu komme ich dann gleich noch. Und der Most Crowded Trade, also der am meisten überlaufende Trade, das was alle machen, das war diesmal der Kauf von großen US-Technologie-Aktien. Klar, das war ja auch das, was den Markt vorher hauptsächlich hochgetrieben hat. Und bezeichnenderweise sind die US-Technologie-Aktien aber in den Wochen nach dieser Umfrage dann ja wieder am stärksten gefallen oder mit am stärksten. Man kann das also durchaus auch als Kontraindikator sehen und ein noch viel stärkerer Kontraindikator. Das ist aber eigentlich das Gesamtsentiment von den Institutionellen. Das wird von der BOFA auch aus den Umfragen erstellt, hier wieder seit 2001. Es ist eine Kombination aus den Wachstumserwartungen von diesen Großanlegern und wie hoch sie in Aktien gewichtet sind zum Zeitpunkt. Und spannend sind natürlich vor allem die Punkte, wo das Sentiment ganz extrem negativ war. Zum Beispiel in der Finanzkrise 2008 oder letztes Jahr, wo ja das Sentiment sogar noch schlechter war als in der Finanzkrise. Weil das waren eigentlich genau die Punkte, wo es sich besonders gelohnt hätte, wenn man als Anleger eingestiegen wäre. Das heißt ja immer Market Timing, das zu versuchen, das bringt nichts. Man wird es damit nicht schaffen, den Markt zu schlagen und als Privatanleger ja schon dreimal nicht. Aber wenn man Geld auf der Seite gehabt hätte immer ein bisschen und wenn man in diesen Phasen mit extrem negativen Sentiment Aktien gekauft hätte, dann hätte man den Markt damit natürlich geschlagen. Und von mir aus nimmt man dann noch die Covid-Krise mit dazu und die Euro-Krise 2012 oder die Korrektur 2019 auch noch mit dazu. Es waren alles ganz gute Einstiegspunkte. Und darauf, dass das letztes Jahr eben auch so eine interessante Konstellation wieder gewesen ist, darauf habe ich dann ja auch hingewiesen in meinem Video. Startschuss zur Jahresendrallye kommt jetzt, womit keiner rechnet? Gern geschehen. Zum Kanalabo geht es hier unten. Jetzt wissen Sie also, wie man den Markt schlägt. Alles eigentlich kein Problem. Nur im echten Leben, da kauft man in solchen Phasen ja wahrscheinlich dann doch nicht. Weil von der fundamentalen Lage her und von der Nachrichtenlage her auch, da spricht dann einfach alles irgendwie dagegen. Und außerdem sind solche Extremphasen auch relativ selten. Im Moment, so für unsere Märkte, USA, Europa, ist das Sentiment jetzt eher so Wischiwaschi. Aber es gibt einen Markt, eine Börse, wo das Sentiment genau jetzt extrem schlecht ist. Und das ist China. Der Most Crowded Trade, wie gesagt, war ein Technologie-Aktien long. Aber gleich auf Platz 2 war China short. Das, was eben auch fast alle gemacht haben. Die Anleger fliehenden Scharen aus China. Hier haben wir den Hang Seng China Enterprises Index, der Einjahres-Chart. Die Erholung vom letzten Herbst, die ist schon lang wieder vorbei. Seit Januar wird der Markt wieder abverkauft. Und der letzte kleine Erholungsversuch jetzt, der ist auch wieder abverkauft worden. Dadurch haben wir Anfang Oktober jetzt nochmal ein neues Tief erreicht für dieses Jahr. Und allein in dieser letzten Verkaufswelle, in diesen letzten 5 Wochen, da haben die Anleger nochmal 360 Milliarden Dollar abgezogen aus China und aus Hongkong. Und das ist das 6-Jahres-Chart. Seit 2018 ist es ein Trauerspiel. Seit 2021 hat es sich dann nochmal stark verschärft. Da ist er im Herbst auch unter das Covid-Tief von 2020 gefallen. Das konnte auch schon keiner fassen. Aber es ging dann noch viel weiter runter. Letztes Jahr im Oktober dann ein 18-Jahres-Tief. Danach die kurze, sehr starke Erholung um fast 60 Prozent, als die Lockdowns plötzlich gestoppt worden sind. Aber auch das wird jetzt eben wieder abverkauft. Und dementsprechend sehen eben auch die Schlagzeilen aus. Die Bank of America selber, die sagt, es gibt in der chinesischen Wirtschaft schockierende Entwicklungen. Und die Financial Times, die spricht von einer dramatischen Kapitalflucht aus China-Aktien in US-Aktien. Und immer mehr Beiträge gibt es ja auch, so wie den hier, über den ich auch schon berichtet habe, dass China in 10 Jahren einfach kollabiert, sozusagen. Und bei der BOFA, da gibt es für China jetzt keinen Gesamtsentiment-Index. Aber es gibt einen Erwartungsindex für das chinesische Wachstum, wo auch alle befragt werden. Und der ist jetzt wieder so tief wie im September 2022, also mitten in den Lockdowns. Nur interessanterweise, kurz nach diesem Tief, kam dann ja die 60 Prozent Erholungsrallye. Und damit ist unterm Sentiment-Aspekt der Markt, den man jetzt eigentlich kaufen müsste, China. Der Absturz in China jetzt und diese ganzen Probleme, ich habe das hier alles ausführlich begleitet. Es gibt da bestimmt kein Problem, das ich Ihnen hier verschwiegen hätte. Der Handelskonflikt, die Geopolitik, die Delisting-Gefahren damals und wie ja die Regierung auch gewütet hat im Technologiesektor mit Regulierungen. Es ist definitiv einer von den riskanteren Märkten inzwischen. Das müssen Sie mir auch nicht sagen, das weiß ich schon. Aber die Delisting-Gefahr zum Beispiel, die ist jetzt erstmal vorbei. Die Technologieregulierungen, die haben wir wahrscheinlich auch zum größten Teil hinter uns. Und die politischen Spannungen und der Halbleiterkrieg zum Beispiel, die sind zwar alle immer noch da, aber die spielen am Markt jetzt eigentlich gar nicht mehr so die große Rolle. Weil inzwischen schaut man wieder hauptsächlich auf die chinesische Wirtschaft und da ist man allgemein der Meinung, das ist alles schon schlimm genug. Wie steht es um die Wirtschaft in China? Man muss sagen, das Glas ist wirklich nur halb voll, maximal. Nehmen wir die Außenhandelsdaten, also die Exporte zum Beispiel, die sind im September nochmal gefallen um 7,6% und die Importe um 6,2%. Beides vielleicht ein bisschen besser als im Vormonat. Und das Ganze hat natürlich auch was zu tun mit Rohstoffpreisen und es hat auch was zu tun mit der Wirtschaft bei den Handelspartnern. Aber es ist trotzdem kein gutes Zeichen natürlich. Dann die Preisdaten. Die Verbraucherpreisinflation, die war im September bei Null. Sie ist die letzten zwölf Monate immer weiter zurückgegangen. Die Grafik hier ist von Trading Economics. Und die Produzentenpreise, die sind zum Vorjahr jetzt sogar um 2,5% gefallen. Man kann sich also schon zu Recht Sorgen machen, dass China jetzt in die Deflation abrutscht. Und das Schlimmste, die Immobilienkrise, das worüber sich die Anleger am meisten Sorgen machen, da ist die Lage eigentlich auch gleichbleibend schlecht. Und das wird wahrscheinlich auch erstmal nicht besser die nächsten ein, zwei Jahre. Sodass man in den Analystenkommentaren jetzt auch eigentlich immer nur hört, China braucht jetzt ein riesiges Stimulationsprogramm endlich aus Peking, ganz schnell und ganz dringend. Sonst ist alles verloren. Und dass sich das Land selber irgendwann mal wieder erholen könnte, das können sich die meisten gar nicht mehr vorstellen. Und darum werden die guten Daten, die es jetzt plötzlich auch wieder gibt im Ansatz, die werden ignoriert. Zum Beispiel der offizielle Einkaufsmanagerindex fürs produzierende Gewerbe. Der ist im August auf 50,2 gestiegen. Und damit war er erstmals seit März wieder im Expansionsbereich. Und der Service-Sektor, der wächst sowieso durchgehend, der war aber mit 51,7 auch wieder auf einem 3-Monats-Hoch. Und die Industrieproduktion ist um 4,5% gestiegen, der Einzelhandelsumsatz um 4,6%. Alles besser als in den Monaten vorher. Und der Autoabsatz im September, der ist auch um 4,7% gestiegen. Überraschend stark, sodass es nicht völlig abwegig wäre, wenn man glauben würde im Moment, wir haben den Tiefpunkt ja vielleicht schon erreicht oder stehen kurz davor. Ohne riesigen Stimulus aus Peking. Und in ein paar Tagen kriegen wir ja auch die BIP-Daten fürs dritte Quartal für China. Die sind sehr wahrscheinlich dann schlechter als im zweiten Quartal. Da war das Wachstum noch bei 6,3%, auch wegen Basiseffekten. Aber JP Morgan zum Beispiel, die haben ihre Prognose fürs Gesamtjahr jetzt schon wieder angehoben. Auf 5% für China. Und bei allen ernsten Problemen, und auch wenn es ein bisschen weniger wird vielleicht als 5%, aber ein Wachstum von 4,5% bis 5% dieses Jahr bei einer Inflation von 0%, da gibt es weiß Gott Schlimmeres zur Zeit auf der Welt. Also halten wir fest, wir haben ein rattenschlechtes Sentiment. Wir haben eine Nachrichtenlage, die sehr durchwachsen ist, die sich aber vielleicht langsam doch wieder aufbessert. Und was für Hongkong-Aktien, die wir ja meistens haben, auch wichtig ist, wir haben immer mehr Anleger vom chinesischen Festland und für die ist der Hongkonger Aktienmarkt natürlich langsam sehr, sehr billig. Und was sich auch langsam erhärten könnte, das ist das Gerücht, dass China jetzt vielleicht doch bald seinen Börsenstützungsfonds auflegt, an dem doktern sie ja schon seit 2015 rum. Hier eine Meldung von letzter Woche. Noch sind das alles Spekulationen, aber die Financial Times, die spricht da zum Beispiel von einem angeblich geplanten Volumen für diesen Regierungsfonds von mindestens 137 Milliarden Dollar. Und dadurch würde ich sagen, natürlich sind chinesische Aktien für westliche Anleger immer noch relativ riskant, weil die geopolitischen Spannungen, die haben wir natürlich nach wie vor. Aber trotzdem, wenn nicht nochmal irgendwas Überraschendes, ganz Schlimmes passiert, dann kann ich mir eben gut vorstellen, dass wir bei China Aktien zur Zeit jetzt im Moment in der letzten Phase der Kapitulation sind und dass sie dann aber auf ein bis zwei Jahre vielleicht sogar die westlichen Börsen deutlich wieder outperformen könnten. Wie schon mal gesagt, bei allen Unterschieden, China ist uns vielleicht in vieler Hinsicht einfach nur zwei oder drei Jahre voraus. China war viele Jahre lang eine Volkswirtschaft, die stark aus sich selber herausgewachsen ist, fast ausschließlich. Und dann haben sie aber nachgeholfen mit Schulden und mit Konjunkturprogrammen. Nach der Finanzkrise 2009 zum Beispiel, da war so ein Schub. Und nach dem Crash in Shanghai 2015. Und China hat danach aber versucht, die Neuverschuldung wieder zu bremsen, endlich zu bremsen und auch aus der Immobilienblase Luft rauszulassen. Und dafür zahlen sie aber seit in den letzten Jahren natürlich einen hohen wirtschaftlichen Preis. Nur bei uns war es ja auch nicht viel anders. Hilfsprogramme, Schuldenorgien und stark gestiegene Immobilienpreise und Assetpreise durch Nullzinsen. Nur, dass man bei uns jetzt im Moment hofft, dass man den wirtschaftlichen Preis vielleicht doch nicht so sehr zahlen muss. Da wäre ich mir aber nicht ganz so sicher. Und wenn man sich von den großen Volkswirtschaften die Inflation anschaut, im Vergleich, hier haben wir sie wieder von der Financial Times, China in rosa-rot, die anderen sind die USA, die Eurozone, Großbritannien und Japan. Dann sehen wir, 2020 war die Inflation in China noch deutlich höher als bei den anderen. Inzwischen ist sie aber deutlich niedriger. Diese Gesundheitsschrumpfungsphase, also die ist in China wohl stärker fortgeschritten inzwischen als im Westen. Aber dafür hat China eben jetzt auch wieder mehr Handlungsspielraum, ohne dass sie sich große Sorgen machen müssten um die Inflation. Und auch das ist was, was China meiner Meinung nach jetzt langsam wieder spannend macht. Sentiment ist nicht unfehlbar und nicht alles, was am Boden liegt, kommt irgendwann mal automatisch wieder hoch. Sonst wird sich ja auch zum Beispiel die Bayern-SPD irgendwann mal wieder erholen. Aber trotzdem, Sentiment ist an der Börse eine starke Kraft, weil es da die Wahrnehmung auch stark verzerren kann. Und das kann aber eben für Anleger eben auch eine Chance sein. Sehen Sie das hier alles jetzt nicht als Empfehlung von mir oder sowas. Es sind wie immer nur ein paar Gedanken für Sie und ein paar Hinweise für Sie. Ich will Sie ja hier auch zum Nichts überreden, außer zu einem Kanal-Abo. So, unterstützen Sie meinen Kanal, abonnieren Sie den, unterstützen Sie mich damit. Sie kostet es nichts, aber für mich ist es eine große Hilfe. Und dafür schon mal herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.